Die Gabe des Lächelns. Ein Lächeln kommt nicht, trägt aber gleiche Rüchte. Es bereichert die Hände, die zu halten, ohne nie in den Ärmel zu machen, die es geben. Es hat einen Augenblick, aber die Erinnerung daran ist manchmal ewig. Niemand ist reich genug, um es nicht anzunehmen. Niemand ist so arm, um es nicht zu bedienen. Es bringt Glück im eigenen Heim. Es unterstützt die Geschäfte. Und es ist ein der Freundschaft. Es gibt Erholung der Betroffenen. Es gibt Mut der Bemutigen. Man kann es wieder kaufen. Leid noch. Der ist doch kein Wert als die Momente, wo es geben wird. Und wenn du jemanden trittst, dass du Lächeln nicht mehr fährst, sei frei, gebe ihm leid. Und wenn niemand ist, als der Lächeln nicht mehr fährt, als der Lächeln nicht mehr fährt, als der Lächeln nicht mehr fährt, der kann es für die anderen Lüge sein. Schnitt